Moin Moin aus dem hohen Norden. Ich bin heute hier auf dem Land und zwar im Restaurant zum Wildwechsel mit Frank Brüdingams verabredet. Ich habe die neuen Jakobsmuscheln von Rougie dabei. Mal sehen, was der Frank damit macht. Hallo Frank, ich grüße dich. Schön, dass ich hier sein darf. Idylle pur, hier in Kax, bei dir im Restaurant, also Natur und alles ist wie Urlaub hier. Ich sage immer, am Arsch der Heide, aber trotzdem schön. Trotzdem schön. Frank, ich habe gehört, was super tolles und neues aus dem Frischeparties mitgebracht, nämlich unsere Rougie. Ja kommst du. Hast du eine Idee dazu? Ja, ich habe eine Idee. Irgendwie so eine Variation vom Lumenkohl mit der schön gebraten Jakobsmuscheln und ein bisschen Erdnuss dabei. Boah, das klingt super. Legen wir los? Okay, legen wir los. Boah, Frank, das sieht ja großartig aus. Sag, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Du, wir haben viererlei vom Blumenkohl. Einmal Püree, klassisch gekocht, wie die Franzosen das machen, mit Sahne, Muskatnuss und Butter. Gepickelten, das Gelbe ist ein gepickelter Blumenkohl. Dann gibt es gebratenen, wilden Blumenkohl und normalen. Ja. Der eine mal mit Rassadenutgewürz und einmal klassisch mit Muskat und Salz. Super. Und dann ein bisschen Erdnuss-Tipp dazu und geröstete Erdnusskerne. Und natürlich die supergeilen Jakobsmuscheln. Die supergeilen Jakobsmuscheln, die gibt es bei uns im Frischeparadies von der Firma Rougie, tiefgekürt. Die beste Ware, probiert das unbedingt aus, ruft uns an und probiert diese Ware. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.